Du fliegst wieder zurück zum Mars. Warum willst du zurück? Sie ruft uns. Das ist ein Portal. Ein Portal, das schon lange verschlossen ist. Ich sehe Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Ein neuer Teil von dir erwacht. Du bist ein Lügner! Es ist sicher alles in Ordnung. Du bist die Lösung. Du bist die Lösung.